Heute gibt es ein Abgebrauchvideo. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht und dementsprechend hat sich so einiges angesammelt. Was das genau ist, zeige ich euch jetzt. Machen wir das mal im Schnelldurchgang mit einer kurzen Mini 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 Review. Wir haben hier zwei Rasiergele von Balea und zwar Tropic Fantasy. Sie gibt es glaube ich nicht mehr, aber das spielt auch keine Rolle, denn eigentlich sind alle Balea Rasiergele in jeder Duftrichtung super, super gut. Ich liebe die, ich benutze die super gerne, allein wegen den Düften und wegen der Gründlichkeit. Die Klingen verstopfen nicht und die Rasur ist gründlich und von daher wird immer wieder nachgekauft. Ein Duschgel habe ich aufgebraucht und es ist glaube ich das einzige Duschgel, aber ich benutze auch Duschgele von Arvon, ganz viele. Allerdings kommen die in einem extra Video auf meinem Arvon Kanal, deswegen sind die nicht hier dabei. Nicht, dass ihr denkt, ich dusche so wenig. Das ist ein Duschgel von Balea, mein Lieblingsduschgel, ich liebe das. Und zwar Aftersun, nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter. Eine Wohltat, weil dieser Duft unglaublich gut ist. Es riecht nach Sommer, Sonne, Strand, Meer und das kaufe ich immer wieder nach. Ein Balea Duschschaum. Ja, Balea Duschschaum. Ich finde Duschschäume immer sehr, also ich benutze die nicht sehr gerne, weil die mir nicht das Gefühl geben, gründlich gereinigt zu haben. Es ist mir zu fluffig alles. Also vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Schaum sich komplett auf meine Haut auflegt und somit die Haut reinigt. Vielleicht ist das auch nur Einbildung. Duschschaume kaufe ich grundsätzlich nicht, aber das war halt in einem Set drin. Duschschaum Sea Minerals, das ist glaube ich eine LE gewesen. Ich habe hier aus dem Adventskalender von Yves Rocher noch kleine Probiergrößen gehabt. Die habe ich aufgebraucht von Duschgehren. Ich muss euch sagen, also ich überlege wirklich mir eine Fullsize Größe zu holen oder mehrere, denn der Duft hat mich total umgehauen. Und zwar von Argan, Argan, mit Arganöl und Rose. Duschehamam nennt sich das. Das sind diese hier. Also der Duft ist unbeschreiblich. Ich könnte drin baden. Es ist wirklich eine Überlegung wert, die Fullsize Größe zu kaufen. Ich liebe diesen Duft. Außerdem fand ich die auch nicht schlecht. Ja, auch von Yves Rocher. Einmal Orange und einmal Orange Fondant nennt sich das eine. Und das andere ist, ähm, Gourou, keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Auf jeden Fall rochen die beiden. Oh, riecht nach Frangipani. Ist das Frangipani? Ne, Blackberry. Ja, okay, Blackberry. Riecht super, super gut. Und das andere ist halt etwas süßlicher, ja, schokoladiger Fondant eben. Orange Fondant. Riecht aber auch sehr, sehr gut. Schampoos habe ich auch aufgebraucht. Einige. Nicht nur von Arbon, sondern auch hier von verschiedenen Marken, die ich euch jetzt zeigen werde. Einmal Bingo Spa. Das ist eine Marke, die hat mir ein ganzes Paket zugeschickt, die Firma, damit ich die Produkte austeste. Und das tue ich natürlich sehr, sehr gerne. Bingo Spa Serum Shampoo mit 100% Keratin. Ein sehr, sehr guter Shampoo. Sehr ergiebig, sehr schaumig und hat wunderbar gereinigt. Ob es etwas Spezielles gewirkt hat oder erwirkt hat, kann ich jetzt nicht sagen. Aber es hat auf jeden Fall meinen Haaren sehr, sehr gut getan. Von Schauma mit Arganöl. Arganölpflege, Reparaturshampoo. Auch ein ganz, ganz toller Duft. Ich bin, glaube ich, ein Arganöl-Fan. Ich bin ja auch schon von den Duschgelen so begeistert von dem Duft. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Von Yves Rocher. Auch ein Shampoo in Probiergröße. War auch im Adventskalender drin. Der Duft ist okay. Ja, es riecht nach irgendwas Pflanzliches. Und zwar, das steht hier immer alles auf Französisch. Äh, Agaven. Mit Agave. War okay. Also der Duft war okay. Aber ist jetzt nichts Besonderes. Da greife ich doch lieber zu meinem Arganöl-Duft. Elvital Öl Magic Reihe. Die mag ich total gerne. Das ist jetzt die Kur gewesen. Die Haarkur. Oder Maske. Keine Kur. Eine Maske war das. Genau. Und die tat meinen Haaren wirklich sehr gut. Hat sehr, sehr gut gepflegt. Und der Duft war auch fruchtig. Fruchtig? Wann riecht das denn? Guck, Mikro-Blütenöle. Nee, nicht fruchtig. Blumig. Ja, blumig. Nicht fruchtig. Ich war jetzt ein bisschen verwirrt von diesem Yves Rocher. Blaubeere. Fruchtig nicht, sondern blumig. Super gute Pflege. Ein Body Scrub von Yves Rocher. Mit Aprikosenduft. War richtig gut. Weil die Peeling-Körner einfach ganz, ganz toll auf meiner Haut gewirkt haben. Die haben alles weggeschrubbt, was weggeschrubbt werden musste. Alle Hautstüppchen. Es tat auch nicht weh. Die waren auch nicht zu grobkörnig. Und nachkaufen würde ich es mir jetzt nicht. Da gibt es auch noch andere Peelings mit besseren Düften. Auch eine Probe von Yves Rocher. Und zwar ein Serum oder eine Maske war das. Leave-In. War das Leave-In? Ich habe es, glaube ich, immer ausgewaschen. Ich habe es ausgewaschen immer. Ah, okay. Egal. Ich habe es halt als Pflegespülung benutzt, sozusagen. Ist aber ein Leave-In. Das heißt, man kann sich das nachher nach der Haarwäsche auf die Haare auftragen und drin lassen. Wasserspray von Balea. Habe ich auch immer da, weil meine Haut sehr trocken ist im Winter. Und ich weiß nicht, kennt ihr das? Der Kopf heizt sich dann manchmal auf, beziehungsweise die Haut. Durch den Wechsel Heizungsluft und kalte Luft draußen. Und hin und wieder tat das wirklich gut, einfach mal übers Gesicht zu sprühen. Eine kleine Abkühlung für die Haut. Das ist jetzt mit dem Kokosduft. Es gibt ja auch verschiedene Varianten. Ohne Duft oder weiß ich nicht mehr. Aber da habe ich, glaube ich, noch ein oder zwei in Reserve. Cremeseife Macadamia White Lotus von Balea. Auch guter Duft. Auch sehr, sehr schön. Sei verhalten. Ich bin ja schon über 40 und bei mir zeigen sich schon die ersten grauen Härchen, wie man sieht. Und deswegen färbe ich meine Haare nach. Und meistens nutze ich eigentlich, meistens nutze ich tatsächlich immer dieselbe Marke von Schwarzkopf. Weil ich mit dieser Marke zufrieden bin. Ich habe schon andere ausprobiert, günstigere Marken. Aber mit der hier war ich immer zufrieden. Und deswegen benutze ich die. Und das ist jetzt die Farbe Blau-Schwarz gewesen. Eine Empfehlung muss ich auch leider hier abgeben. Und zwar, das sind Reinigungstücher oder Make-up-Entfernungstücher. Fünf in ein erfrischende Reinigungstücher. Aber ich konnte diese Flüssigkeit nicht auf meiner Haut ertragen. Irgendwie habe ich, oder hat meine Haut nicht so gut reagiert, nachdem ich die Tücher benutzt habe. Sie war irgendwie gereizt. Man sagt ja auch, mit Reinigungstüchern oder Make-up-Entfernungstüchern soll man ein bisschen vorsichtiger umgehen. Nicht zu stark rubbeln. Einfach leicht drüber gehen. Und ja, das stimmt. Aber bei denen war es tatsächlich, auch wenn ich es ganz leicht angewendet habe, ohne feste zu rubbeln und zu schrubben, sehr, sehr reizend gewesen. Für mich kein Nachkaufprodukt. Ein absolutes Nachkaufprodukt habe ich hier. Das ist meine alltägliche Zahnpasta. Und zwar von NuSkin AP24 Whitening Fluorid Tooth Pasta. Das ist eine Zahnpasta, die die Zähne so ein bisschen aufhält. Also nicht extrem. Aber sie bildet so eine Art, in Anführungsstrichen, Teflonschicht um die Zähne. Und somit haben halt Teeflecken, Kaffeeflecken keine Chance, sich da anzusetzen, wenn man es regelmäßig benutzt. Und somit bleibt man vor Verfärbungen verschont. Danach hat man auch ein richtig tolles, glattes Gefühl auf den Zähnen und ein frisches Gefühl. Ich liebe diese Zahnpasta. Garnier Skin Active Micellen Reinigungswasser. Reinigungswasser? Ja, all in one. Und zwar Waterproof. Habe ich schon seit Ewigkeiten benutzt. Kaufe ich hin und wieder mal nach. Es ist gut, die immer mal da zu haben. Falls ich mal tatsächlich wasserfestes Make-up benutzen sollte oder sehr viel Augen-Make-up, dann muss das hier dran. Und das ist auch wirklich sehr, sehr gründlich. Ansonsten, wenn ich so wie jetzt leichtes Augen-Make-up habe oder leichte Foundation, dann reicht auch ein ganz normales Micellenwasser. Dann Isana Antibakterielle Clear Strips. Hin und wieder benutze ich die einfach mal, um die Poren so ein bisschen zu reinigen, weil ich doch etwas vergrößerte Poren habe, finde ich. Entfernt Samt mit Esser habe ich nicht, Gott sei Dank. Aber vielleicht einmal im Monat, eines, zwölf Mal drauflegen, tut ganz gut. Handcreme. Muss ich immer haben. Entweder im Auto, nicht entweder, sondern im Auto, auf meinem Nachtschränkchen, hier im Büro, unten in der Küche, überall steht eine Handcreme. Die habe ich jetzt aufgebraucht. Die ist echt super zu empfehlen. Das ist für strapazierte und rissige Hände ein Handkonzentrat von Balea. Ich bin damit sehr zufrieden, ist schnell eingezogen und hat ganz gut gepflegt und geschützt. Habe ich noch eine Handcreme? Ja, tatsächlich. Noch eine, also zwei. Machen wir hier weiter mit Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Moussebray. Habe ich ganz viele hier in meinem Büro, im Auto, genau wie mit Handcreme. Gleiches Schema muss ich überall haben, einfach um dieses frische Gefühl im Mund zu bekommen. Und das ist immer vorrätig. Immer. Dann Masken habe ich auch aufgebraucht. Ich will sie nur noch einmal sammeln. Das ist eine Panda-Maske. Gehört hierzu. Ähm, ja. Hat gut gepflegt, hat schön gekühlt, reinigt, reduziert Teilproduktion, vermindert Unreinheiten, verfeinert die Poren, also ein Allrounder und zwar von, äh, I don't know, da steht die Marke nicht drauf, irgendwas mit Project, Green Bamboo, I don't know, äh, ich weiß es leider nicht, wie die Marke genau heißt, ähm, auf jeden Fall war es eine Wohltat, die zu benutzen, dann eine Tuchmaske, Retinol-Tuchmaske von Shabans, fand ich auch sehr gut. Und für unter die Augen, tat auch richtig gut, von Garnier Skin Active, da hat man ja diese Wattepads, so wie das hier auf dem Bild zu sehen ist, nicht Wattepads, äh, diese Pads, ähm, die hat man dann unter die Augen gelegt und die haben richtig gekühlt und ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl danach. Alles war abgeschwollen und, ähm, gut durchfeuchtet. Dann von Be Routine High Wonder Lips, das war eine Ampulle für die Lippen. Ähm, das hat bestimmt für zwei, drei Anwendungen gereicht und zwar ist es quasi ein, ja, ein Serum, ein, ein, ähm, Hyaluron-Serum, 8-fach Hyaluron-Serum, muss man sich auf die Lippen tupfen, einwirken lassen, ob das was gebracht hat, weiß ich jetzt nicht, ähm, gepflegtes Gefühl hatte ich danach allerdings auch nicht. Es war wahrscheinlich tief eingedrungen, meine Lippenhaut hat alles gut aufgesaugt und danach bin ich mit der ganz normalen Lippenpflege drüber gegangen. Auch von Bingo Spa, das ist eine Maske, eine Lifting Creamy Mask, äh, die ist noch nicht ganz leer, das Problem ist, dass ich sehr schlecht an die Creme herankomme, weil der Pump, die die Creme ist ja fest und bis das Ganze sich unten gesetzt hat, damit das Röhrchen, was verbunden ist mit dem Pumpspender, an diese Creme herankommt, ähm, das dauert ewig lange. Also die ist, da ist jetzt nur noch so ein bisschen drin, aber ich habe jetzt keine Lust, die zu benutzen, die kommt jetzt einfach weg. Aber von der Pflege her war die wirklich sehr gut. Ich habe die abends aufgetragen, auf mein Gesicht, habe die dann 20 Minuten einwirken lassen und hatte auch ein leichtes Straffungsgefühl. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann, dass meine Haut dadurch über Nacht gestrafft wurde. Ich glaube eher nicht, aber es war, man hat schon gemerkt, dass sich da was getan hat. Dann Green Door Deo Creme. Ich fand die gut. Ich fand die nicht schlecht. Hab die allerdings nicht beim ausdauernden Sport zum Beispiel oder beim starken Schwitzen ausprobiert, sondern ganz normal im Alltag. Man muss sich einfach eine erbsengroße Menge auf die Achselhöhlen einschmieren und das dauert ein, zwei Tage, bis das Ganze wirkt. Das heißt also, es kann sein, dass man am ersten Tag nichts von diesem Schutz merkt. Aber das steht auch hier irgendwie in der Verpackung oder in der Beschreibung. Man muss tatsächlich ein, zwei, drei Tage warten und dann regelmäßig anwenden. Und dann hält es tatsächlich den Duft, der sich dann entwickeln würde, auf. Aber wie gesagt, ich hab's halt nicht beim Sport benutzt oder so. Von daher hat bei mir eigentlich sofort gewirkt. Irgendwie hatte ich das Gefühl. Es ist ohne Aluminium und ich fand's praktisch, nach dem Rasieren zum Beispiel das Ganze aufzutragen. Nachkaufen würde ich jetzt, kann man machen, aber ich würde's jetzt nicht, weil ich hab da was Besseres gefunden. Das ist schon ewig lange in meinem Schrank und auch benutzt worden, aber jetzt kommt's weg von am Ersam. Sofort Hautoptimierer. Ich weiß nicht, ich hab jetzt, doch, ich hab Falten, ja, aber ich hab nicht das Gefühl gehabt, dass das mir eine Verbesserung gebracht hat. Das Prinzip ist ja, man trägt es auf und dann bildet sich irgendwie so ein Film, was dann einen Strafungseffekt oder was die Haut auseinanderzieht. So hab ich das Gefühl gehabt und dadurch werden die Falten optisch reduziert. Also war ganz okay, ja, aber jetzt nachkaufen würde ich's mir jetzt nicht. Kommen wir jetzt zur dekorativen Kosmetik. Da hab ich einiges aufgebracht und auch aussortiert. Zum Beispiel Tinted Blur von Catrice. Ein leicht getöntes Make-up Mousse, genau. Komm weg, hab ich's einmal probiert, hat mir nichts gebracht. War wirklich sehr, 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 sehr leicht getönt und das brauche ich nicht. Man hat da eigentlich nichts gesehen. Alle Rötungen waren noch da und von daher kommt das jetzt weg. Uralte Schätzchen kommt weg wegen dem Alter. Catrice Generation Matte. Ein Lip, eine Lippenfarbe, beziehungsweise ein... Ähm, war schnell. Wie heißt das? Lipstick. Oh. Ein... Ein... Ein Lipstick. Die Farbe habe ich sehr gern benutzt. Damals. Aber jetzt ist es alt. Heiß geliebt, heiß geliebt. Und komplett aufgebraucht. Und auch die Originalgröße. Ich liebe das. Das ist von Emma Asam Magic Finish Make-up. Da gibt es mittlerweile ja auch verschiedene Sorten. Damals gab es nur eine und ich finde die toll. Also meine Haut kommt damit super gut klar. Passt sich dem Hautton an. Erzeugt einen Blurring-Effekt, finde ich. Und es ist schnell aufgetragen. Also man muss eigentlich nicht aufpassen, wie beim Make-up, ähm, ob da was daneben geht. Oder ob das gleichmäßig verteilt ist. Sondern einfach auf die, ähm, Finger drauf tupfen. Ein bisschen verreiben. Dann aufs Gesicht. Und dann hat man schon ein ganz, ganz natürliches, ähm, Finish gehabt. Also für den Alltag optimal geeignet. Da ich trockene Haut habe eher, Tendenz zu trockener Haut, hat das hier nicht ganz so gut funktioniert bei mir. Und zwar von Essence. Äh, mittlerweile nicht mehr. Damals ja, als ich mir gekauft habe. Aber mittlerweile jetzt so im höheren Alter. Und wird älter. Die Haut wird älter. Und die Haut verändert sich. Und irgendwie passt es nicht mehr zu meiner Haut. Das ist von Essence Fresh & Fit Foundation mit Vitaminkomplex und Niacinamid. Deswegen kommt das weg. Auch das kommt weg. L'Oreal Age Perfect. Ähm, weil es nachgedunkelt hat. Also diese Farbe ist viel zu dunkel für mich geworden. Und ist auch älter, muss man dazu sagen. Und von daher kommt die auch weg. Aber ansonsten fand ich sie damals ganz gut. Die habe ich komplett aufgebraucht. Die war gut. Die war richtig gut. Und zwar von L'Oreal Perfect Match Nude. Ganz, ganz toll. Also meine Haut ist damit super klar gekommen. Es hat ein tolles Finish gezaubert. Hat alles schön abgedeckt. Und meine Haut fühlte sich auch nicht trocken an. Aber es ist tatsächlich aufgebraucht. Und das, was man hier sieht, sind halt noch die Restbestände, die nur an den Wänden kleben. Die fand ich auch gut. Und zwar ist das von M.A.S.A.M. Ich überlege mir, die nachzukaufen. Die ist echt gut. Und hier sieht man auch, dass es komplett leer ist. Nur Restbestände an den Glaswänden. Das ist Milchglas. Mega gut. Fand ich richtig toll. Und das ist das M.A.S.A.M. Magic Finish Supercharge. Aber liegt halt so in einem etwas höheren Preissegment. Aber es lohnt sich. Ich denke, ich werde die mir nachkaufen. Wenn man was Gutes haben möchte, meine Meinung, dann bin ich auch bereit, ein bisschen mehr auszugeben. Das kommt jetzt auch weg. Das ist von Unique Touch Mineral Liquid Foundation. Die war okay. Ich bin damit sehr, sehr gut klar gekommen. Und man muss halt nur gucken, dass man die passende Grundierung dazu hat. Das heißt also, ein passendes, ähm, das hier. Ah, Primer. Primer natürlich. Passenden Primer. Und dann funktioniert es super. Nämlich den hier. Und den hier liebe ich. Der ist toll. Das hier kommt weg, weil es auch ein altes Schätzchen ist. Und das würde ich mir am liebsten nachkaufen. Ganz ehrlich. Auch von Unique. Hydrating Face Primer. Komplett aufgebraucht. Da kommt nichts mehr raus. Ähm, weil es eben gut Feuchtigkeit gespendet hat und trotzdem eine gute Basis gebildet hat, um dann mit dem Make-up dran zu gehen. Fand ich auch gut von Judith Williams Cream & Care Foundation. Hat auch ein ganz tolles Finish gezaubert. Hat meine Haut super gut vertragen. Ähm, hat alles ganz gut abgedeckt. Und ich habe die wirklich sehr, sehr gerne benutzt. Und die ist jetzt ein bisschen alt. Also ich kann auch die letzten Reste jetzt nicht rausziehen, weil die da schon so ein bisschen, ähm, eingetrocknet ist. Aber, die würde ich mir auch auf jeden Fall irgendwann mal nachkaufen. Dann haben wir noch, äh, ein Produkt, was ich überhaupt gar nicht, mal so gar nicht empfehlen kann. Und zwar ist das von Yves Rocher, ein Lippenstift. Ähm, da ist die Farbe einfach nur hin und her gerutscht. Irgendwie. Beziehungsweise, nee, das war was anderes. Das war was von Avon. Das hier, äh, war mir zu hart. Es ist überhaupt nicht cremig. Also man, es hat kaum Farbe abgegeben irgendwie auf, ähm, auf den Lippen. Hier sieht man das, ja. Die Farbe ist jetzt nicht so kräftig. Aber auf der, äh, Lippenhaut gar nicht. Und es war, es sah sehr verschmiert aus. Deswegen kommt es weg. Äh, das nennt sich Rouge. Rouge Vertige. Rouge Vertige. Und wovon ich mich schweren Herzens, schweren Herzens wirklich verabschieden muss, ist dieser Lippenstift. Das war mein Lieblingslippenstift. Und der ist ur, ur alt. Und ich wollte ihn nicht hergeben, bis ich die gleiche Farbe gefunden habe. Aber nach jahrelanger Suche habe ich die Farbe immer noch nicht gefunden. Von Essence. Äh, Come Naturally. Oder? Ja. Come Naturally. Oh Mann, das ist schon so lange her. Oh Mann, das ist schon so lange her. So lange her. Das ist die Farbe. Ich finde die nirgends. Aber es fängt natürlich irgendwann an zu riechen. Und deswegen, bye bye. Bye bye. Adieu. Adieu. Das war mein Aufgebrauchvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss.